Herzlich Willkommen zum letzten Unboxing, was mit Persona 3 zu tun hat, und zwar den vierten Film von Persona 3, und zwar Winter of Rebirth. Heute mir freundlicherweise auch hier von Peppermint Anime zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür. Die vorangegangenen drei Unboxings packe ich euch mal linkmäßig in die Videobeschreibung. Und ja, hier haben wir das gute letzte Stück, den FSK-Fletchen kann man abbiebeln, wenn man das möchte. Ja, kommen wir gleich zu den technischen Daten, die sind wie immer Deutsch und Japanisch sind als Sprache drauf, untertitelt Deutsch, Laufzeit, knapp 90 Minuten, und das Format ist 16.09, Full HD. Als Bonus sind dabei Trailer und Postkarten, und der Tonformat ist in 5.1. Hier sieht man es nochmal komplett, und so sieht dann das Innere aus, mit einer schönen großen Grafik. So, dann haben wir hier die Postkarten. Also mich würde mal interessieren, hat eigentlich jemals schon mal jemand eine Postkarte aus einer Anime, Blu-Ray, DVD, sonst sowas verschickt? Also das sind ja doch eigentlich Sammelgegenstände. Hier haben wir die Disc, und hier steht nochmal der Titel des Films. Und mehr gibt es dazu gar nicht zu zeigen. Ich bin schon gespannt, wie es ist, werde dann in Anime gesehen nochmal mit darüber reden. Und dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zusehen. Tschüss, und bis zum nächsten Mal.